Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, da ist man mal zwei, drei Tage weg und gleich Bitcoin, fast neues All-Time-High. Also wir haben fast unser All-Time-High geknackt. Ihr seht hier, diese grüne Box ging bis zu unserem All-Time-High, das ist unsere Weekly Supply. Und die wurde teilweise auf Börsen um 100 oder 200 Dollar nur knapp verfehlt. Also noch kein neues All-Time-High, daraufhin jetzt erstmal so ein kleiner Flash-Crash. Das geht jetzt richtig, richtig flott. Wir haben natürlich auch enorm hohe Funding-Rates mittlerweile, wir haben enorm hohe Open-Interest-Zahlen. Das werden wir uns jetzt alles im heutigen Update-Video mal ein bisschen genauer anschauen. Wie das jetzt weitergeht, ob wir da überhaupt noch handeln oder ob wir das Ding jetzt einfach mal ein bisschen davonziehen lassen. Und auch, wo ich potenziell meine nächsten Verkaufszonen habe. Das werden wir uns jetzt alles im heutigen Update-Video ein bisschen genauer anschauen. Natürlich auch auf Ethereum nochmal werfen und auch mal einen groben Überblick, weil Gold komischerweise extrem stark nach oben hingezogen ist. Also unsere Short-Position schon mal vorneweg ist zu. Die Long-Positionen, die wir verdoppelt haben, könnten wir jetzt den nächsten Take-Profit nehmen. Sehr, sehr überraschend, muss man da ehrlicherweise sagen. Und wir werfen mal einen ganz kurzen Blick auf die Stock-Märkte. So, bevor wir trotzdem starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Handeln sucht, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort kriegt ihr weiterhin ein bisschen Boni dazu, wenn ihr euch anmeldet. Hier seht ihr zum Beispiel, wenn ihr 50 Dollar einzahlt, kriegt ihr noch 50 USDT an Trading-Bonus dazu. Auch hierzu findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in das Video. Wie gesagt, momentan traden wir bei 67.270 US-Dollar, also All-Time-High. Knapp verfehlt, aber wir haben einen parabolischen Anstieg in den letzten Tagen bekommen. Was mich etwas verwundert, was aber natürlich auch positiv wiederum für uns ein bisschen zu werten ist. Die FOMO ist meiner Meinung nach noch nicht da. Es nimmt zwar ordentlich zu, muss man ehrlicherweise sagen. Das heißt, die Gruppenaktivitäten nehmen zu. Ich merke es in meiner eigenen Gruppe, ich merke es in teilweise anderen Gruppen. Aber ich habe noch nicht so dieses Gefühl, wie wir es eben vor drei, vier Jahren ungefähr hatten. Da war deutlich, deutlich mehr los. Man hat viel, viel mehr über Bitcoin gehört und so mehr Leute angesprochen. Auch im privaten Umfeld, muss ich ehrlicherweise sagen, juckt es momentan noch keinen. Ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, wie das bei euch so ist. Vielleicht kriegt ihr auch überhaupt nichts mit. Aber schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, weil es mich echt mal so interessieren würde. Wurdet ihr schon draußen irgendwie mal angesprochen oder nicht? Für mich ist das alles momentan noch so ein bisschen Pre-Bull-Phase. Was natürlich gut ist, möchte ich jetzt nicht negativ beschreien. Aber für mich alles noch ein bisschen zu früh. Auch wenn man wirklich sagen muss, wenn wir uns jetzt mal den Anstieg so ein bisschen angucken, von den letzten Tagen und Wochen besser gesagt, also seit wir hier unten auf die 38k gedippt sind, der Anstieg ist schon sehr, sehr parabol und erinnert auch hier damals an den Anstieg, den wir hier einerseits hatten in Richtung damals neues All-Time-High oder auch damals hier von den 30.000 bis eben dann zu den 65.000 US-Dollar. Also Parallelen sind da. Es gilt jetzt auch natürlich ein bisschen vorsichtiger zu sein. Was auch, wir können jetzt auch mal das FIP-Level hier langsam wegmachen. Wobei, nee, wir lassen es nochmal ganz kurz drin. Volumentechnisch auch alles top und ich habe jetzt mal einen Post von Horst ein bisschen hier gemacht. 588 Millionen Zuflüsse gab es gestern wieder bei den ETFs, die weiterhin positiv sind. Mittlerweile ist es so ein bisschen Standard, wenn wir mal so hier rüber gucken, zwischen, ich sage es mal, 300 und 500 Millionen Zuflüsse tagtäglich, die hier reinkommen. Und es trotzdem, dass der Grayscale Bitcoin Trust teilweise wieder sehr, sehr hoch verkauft hat. Nachdem wir hier teilweise mal nur noch bei 150 Millionen waren, war es zuletzt wieder knapp 600, 500 und jetzt wieder 400 Millionen US-Dollar. Aber BlackRock saugt die ganzen PTC aus. Für mich, persönliche Meinung, hat es nichts mehr dann mit Dezentralität oder sowas zu tun. Ist eine andere Sache. Aber gut für den Preis, dass dieser weiter ansteigt. Und auch ein bisschen so die Hausnummer dafür, warum auch der Kurs so drastisch angestiegen ist. Shorten würde ich die ganze Scheiße trotzdem nicht. Natürlich, wir haben enorm hohe Funding Rates. Ich will aber nochmal daran erinnern, wir hatten damals im letzten Bullrun Funding Rates von im wirklichen Top, vom Top, vom Top, von 0,4%. Wir bewegen uns momentan hier zwischen 0,1 und 0,14%. Also es ist noch human. Trotzdem kann jederzeit so etwas wie in den letzten Stunden passieren. Wenn wir uns das mal angucken auf dem 1-Stunden-Timeframe und uns das dann prozentual mal angucken, wie schnell es hier dann runterging innerhalb von 2 Stunden von 5% oder auch innerhalb von Minuten besser gesagt. Das kann jetzt jederzeit passieren bei solchen Funding Rates, dass die Longs sofort gekillt werden. Aber wir sehen ein bisschen FOMO, was zumindest die Long-Position anbelangt, ist da. Weil die Longs werden sofort wieder aufgekauft und neue Long-Positionen gekillt. Also ich bin gespannt, ob wir wirklich das All-Time-High noch erreichen oder ob der Markt dann wirklich vorher die B gemacht. Das wird viel, viel, denke ich, heute dann noch mit dazu zusammenhängen, wie dann auch wieder die ETS oder die Börseneröffnung dann kommt heute Nachmittag. Ob wir dann unser All-Time-High erreichen oder nicht. Für mich die nächsten Zielzonen, wie gesagt, auf jeden Fall All-Time-High, wenn es alles gut gehen sollte. Und Pivot liegt bei 69.760. Also ich sage jetzt mal so, All-Time-High-Niveau. Danach haben wir nicht mehr wirklich viele Widerstände. Wir werden uns das mal ganz kurz angucken, deswegen habe ich das FIP jetzt mal drin gelassen. Nächstes FIP von unserem immer noch jetzigen All-Time-High bis zu unserem Bärben-Markt-Tief. Dann haben wir die nächsten Widerstände, wie gesagt, hier bei 69. Dann bei 78. Pivot R2 und dann das FIP-Level. Was dann kommen würde, ist das 1,272er bei knapp 84.000 US-Dollar. Also das sind unsere nächsten signifikanten Widerstände. Wie gesagt, ich würde es nicht shorten. Bullenmarkt shortet man nicht. Ich lasse jetzt auch die Finger von. Jeder DIP oder sinnvolle DIP muss im Endeffekt jetzt genutzt werden. Die Frage ist nur, warten wir wirklich auf größere DIPs oder versuchen wir hier einfach ins fallende Messer dann reinzugreifen, würde ich nicht empfehlen. Ich würde hier wirklich abwarten, bis sich der Markt hier irgendwo ein bisschen konsolidiert und sich da eine klare Richtung ergibt. Also short momentan ist Mord. Lasst es einfach, lasst die Finger davon. Das ist reines Gambling, kann gut gehen. Im letzten Bullenmarkt ist es bei mir gut gegangen. Es war aber teilweise mehr Glück als Verstand. Also ich würde es niemandem empfehlen, hier irgendwas zu machen. Ich warte hier wirklich, sollten wir nochmal Richtung 55k kommen, dass man dann nochmal irgendwie eine Longposition setzt. Momentan, wie gesagt, lasse ich da absolut die Finger von. Memecoins hypen wie Sau. Shiba Inu hat glaube ich 100% gemacht, wenn ich mich richtig oder richtig hingesehen habe. Also Memecoins komplett am hypen. Wir haben eine kleine Altseason, wenn wir uns auch mal ein bisschen die Bitcoin-Dominance angucken, die bei 54% sehen wir auch. Okay, leichtes Doppeltop gebildet. Könnte noch ein bisschen so weitergehen. Vielleicht, dass wir hier unten sogar in die 52%-Marke nochmal runtergehen. Und dann sollte es aber meiner Meinung nach dann auch wieder ausreichen. Wir müssen auch dazu sagen, natürlich kleine Altcoin-Season, alles schön und gut. Wir haben aber auch einen ETF, der den Bitcoin-Markt natürlich auch beflügelt, wo jeden Tag 500 Millionen in den Markt reingepumpt werden. Das sind nur die ETFs. Da sind noch keine Retail-Anleger, die möglicherweise dann früher oder später noch kommen. Von Privatinvestoren etc. pp. mit eingerechnet. Also man muss jetzt, es wird immer eine Altcoin-Season geben. Die Frage ist, wie können sich die Alts im Gegensatz zu Bitcoin auf Dauer dann auch wirklich halten. Das ist immer so das große Risiko. Natürlich sehen wir dann immer 200, 300%. Ja, aber wie viel haben die dazu performt? Wir haben Altcoins, die 80, 90% im Bärenmarkt verloren haben, während Bitcoin ein bisschen weniger verloren hat und dann schon wieder angestiegen ist, während Altcoins immer noch runtergefallen sind. Das muss man alles mal so ein bisschen in Relation setzen. Wir haben zwar gute Käufe gemacht, trotzdem sind Altcoins immer noch ein Risiko. Wenn wir uns jetzt mal so die Tops angucken, so wie Chainlink und sowas. Also richtige Altcoins-Season ist es meiner Meinung nach noch nicht. Wir sehen zwar Altcoins-Pumpen, aber da fehlt noch einiges meiner Meinung nach. Ansonsten, wie gesagt, lasst die Finger weg von Shorts. All-Time-High wäre nice. Das wird heute Nachmittag dann, denke ich, eher stattfinden, wenn dann die Börsen aufmachen. Nächsten Widerstände sind geklärt. Lasst es zu Shorten. Wenn Korrekturen kommen, kauft nach. Bei mir, Sparplan läuft auf jeden Fall noch. Ansonsten, gehen wir mal rüber zu Ethereum. Ethereum hat das Golden Pocket jetzt auch durchbrochen. Also das heißt, unser Widerstand auch hier jetzt erst einmal gebrochen. Das heißt, auch hier können wir. Ethereum ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Was ich eben gerade auch gemeint habe. Wir haben bei Ethereum zum Beispiel jetzt gerade erst einmal das Golden Pocket durchbrochen. Und bei Bitcoin stehen wir kurz vorm All-Time-High. Und das meine ich, oh, jetzt steigt Ethereum und sowas. Ethereum viel, viel besser als Bitcoin. Bitcoin, ja, kann man so auch nicht wirklich sagen. Ethereum hat nochmal deutlich mehr verloren und ist jetzt immer noch so Hinterbänkler. Also jetzt noch in Altcoins zu investieren, kann was bringen, ist natürlich auch hoch riskant. Die nächsten Widerstände, die wir dann jetzt hier bei Ethereum haben, ist hier oben die Ineffizienz bei 4.000 Dollar. Halte ich sogar echt noch für möglich. Sollten wir uns bei Bitcoin noch stabil halten. Und danach All-Time-High. Ganz klar. Also wenn wir da durch die 4.000 Dollar kommen und noch genug Power haben, auch was Volumen anbelangt, seht ihr ja selber hier, da liegt nicht wirklich viel in diesem Bereich. Das war dann All-Time-High-Niveau und dann ging es einfach nur noch bergab. Also sobald wir die 4.000 Dollar durchbrechen, sehe ich auch hier möglicherweise ziemlich schnellen All-Time-High. Ansonsten Parabolekurve haben wir hier ehrlich gesagt noch nicht. Also ich bin der Meinung, wir sind hier noch nicht ziemlich am Maximum. Es sieht alles noch relativ gesund aus von den Anstiegen. Könnte sich dann aber relativ zügig ändern, wenn wir die 4.000 Dollar durchbrechen, dass wir dann Richtung 4.300 US-Dollar steigen und das Ganze dann erst einmal wahr. Also Korrektur kommt früher oder später. Nutzt die zum Einkaufen oder um Long-Positionen aufzumachen. So, gehen wir rüber zu Gold. Gold, wenn mich irgendjemand mal, wie gesagt, ich war die letzten drei Tage ziemlich abwesend. Wenn mich irgendjemand mal aufklären könnte, was da gestern los war. Also es ist einerseits beunruhigend. Ihr wisst, die Leute kaufen Gold in Krisenzeiten, um es dann anzulegen. Und wenn ich solche Anstiege bei Gold sehe, bedeutet es meiner Meinung nach nichts wirklich Gutes. Wir haben Bitcoin am All-Time-High. Wir haben Gold Richtung All-Time-High. Wenn wir uns das hier mal genauer anschauen. Also es gefällt mir überhaupt nicht. Für die Long-Positionen, die wir offen haben, alles geil, weil wir die unten verdoppelt haben. Alles schön und gut. Würde ich jetzt auch sagen, wir nehmen jetzt hier den nächsten Take-Profit. Scheiß drauf. Und dann den nächsten, dann hier oben beim All-Time-High 2047, 2050 US-Dollar. Also es heißt, den Take-Profit könnt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal fix machen. Aber das ist so dieses Ding, was mich gerade ein bisschen stutzig macht, wo ich das gestern gelesen habe. Gold Richtung All-Time-High. Weiß ich nicht. Stockmärkte. Weiterhin sehr, sehr fragil. Gefällt mir auch nicht. Die Divergenzen nehmen extrem zu. Die Anstiege werden immer kürzer. Und dann Gold am All-Time-High fast. Weiß ich nicht. DAX ziemlich weit hoch gesprungen. NASDAQ ziemlich weit hoch gesprungen. Also da überlege ich sogar, ob wir hier diese Woche nochmal einen kleinen Short reinwagen. in den Markt. Weil das gefällt mir nicht. Bin ich ehrlich, ich habe jetzt, ich weiß nicht, die News dazu. Gab es irgendwelche News dazu? Aber solche Anstiege bedeuten meiner Meinung nach nichts Gutes. Nur mal so ein bisschen am Rande, dass da vielleicht fundamental noch irgendwas anstehen könnte. Aber gut, was weiß ich schon. Ansonsten, News-Technisch, was steht heute an? Wenn wir uns mal ganz kurz so die News angucken. Es steht einfach nichts an. Wenn ich das jetzt richtig sehe oder es zumindest mal aktualisiert. Funktioniert super. Danke. So, jetzt aber. Ne, steht nichts dran. Einkaufs-Manager-Index ist nicht wirklich interessant. Also heute ruhiger Tag, was die News angeht. Trotzdem, das müssen wir im Blick behalten, meiner Meinung nach. Dann können wir nochmal ganz kurz auf den Euro gegenüber US-Dollar ein bisschen blicken. Hat weiterhin hier überhaupt nichts Relevantes. Also auch hier weiterhin warte ich unten auf einen Long-Einstieg. Ansonsten Short-Einstieg weiterhin hier oben geplant an dem WIC. So, war ein längeres Video. Gut, ich war jetzt drei Tage weg. Aber trotzdem so mal einen groben Überblick gegeben. Also haltet ein bisschen die Funding-Rates im Auge. Nicht nur wegen Liquidierungen, sondern auch um eure Position ein bisschen abzusichern. Es bringt euch nichts, jetzt eine Position ewig lange offen zu haben. Sichert eure Position ab. Wenn ihr genug Puffer habt, tut sie den Stop-Loss-Entry in den Gewinn rein. Nehmt Profite, weil das wird euch früher oder später eine Menge Kohle kosten. Sprecht aus Erfahrung. Es gibt andere Börsen, die haben teilweise noch höhere Gebühren. Und rechnet euch das nur mal aus, wenn ihr 0,4% an Gebühren zahlen müsst. Und ihr glaubt doch nicht, wenn Bitcoin mal Richtung 100k geht, dass wir 0,4% dann als Maximum an Gebühren haben. Da werden noch viel, viel höhere Gebühren irgendwann früher oder später anfallen. So, jetzt aber wie gesagt, also Short ist Mord. Lass die Finger davon. Kein Short. Reite die Welle, solange es geht. Ansonsten Korrekturen nutzen. All-Time-High, wie gesagt, halte ich absolut für möglich. Oder die Market-Maker-Tricks und Zeug komplett ausmachen. Kleines Doppeltop und jagen das Ding nach unten. Weil wie gesagt, der Goldschal gefällt mir überhaupt nicht. So, ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann war es das von meiner Seite für heute. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen früh wieder zum neuen Update-Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay cool.